ARD Text im Auftrag von Funk Den schicke ich euch nochmal in die Infobox Das wird in allen Mediamärkten übertragen Also könnt ihr auch gerne um 12 Uhr in einen Mediamarkt gehen Eures Vertrauens Und in die Fernsehabteilung Da wird es auch wohl laufen und übertragen Ja Und es gibt eine Änderung noch Es war ja achte ums geplant Eigentlich dass nur Piesmeet, Tamiru und ich auch wieder kommen Nur ist es aber so Jetzt kommt doch noch oben gekommen Granzratte kommt noch dazu Genau und Xander wird das so ein bisschen Auf Twitter noch posten und verbreiten Und wir haben Wir sind ein bisschen geflasht Jetzt gerade Wegen dem Typen gerade im Hintergrund Den kennen wir nicht Kennen wir nicht, nein Das ist ein Moderator von mir Nein auf jeden Fall Leute Um 12 Uhr geht es los Also wir sind schon um 11 Uhr Genau, richtig Wir haben noch ein Briefing Also wie das abläuft und alles Und ich hoffe natürlich ihr seid dabei Wir freuen uns auf euch alle Wird ziemlich cool Wenn ihr auf der Gamescom seid Dann wie gesagt 12 Uhr Halle 5.1 Auf der Bühne Vom GamerZ Stand GamerZ Das ist so eine Bühne Die wird auch gesponsert von Mediamarkt Und da kommen noch ein paar Überraschungen Also das wäre cool Wenn ihr dabei seid Ansonsten Danke für's Zusehen Und bis später Tschüss Tschüss